Hallo zusammen, hier ist wieder Emily von meinem dritten Account. Wir gehen in die Kampagne und befinden uns jetzt in Stufe 3. Das ist, ups, wieder verkehrt abgebogen. Das ist dann hier, Land der Angst, in Normal. Und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Wer mein letztes Video gesehen hat, der weiß, ich hatte Norma und Barok etwas aufleveln können. Ja, der ist kaputt. Kampfe Nummer 3. Das sah auch nicht so verkehrt aus. Ist ja schön, wenn das so relativ gut funktioniert, dass man da nicht rotz und Wasser schwitzen muss. Weil man Angst hat, man kommt da nicht durch. Aber so für den Moment klappt das noch. Da, sehr schön. Und Nummer 6. Ja, ja, das sieht gut aus. Sehr schön. Oh. Da freue ich mich schon drauf. Da gibt es 40 Schriftrollen. Schön. Mhm. 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 Ja, come on. Hau rein, hau rein, hau rein. Mach ich platt, mach ich platt. Sehr schön. So. Ja. Ja, du. Ja. Wie sieht der denn aus? Der sieht gut aus. Kaputt. Und da sind sie. Die sind jetzt gerade in meine Tasche gewandert. Die sind jetzt gerade in meine Tasche. Ja, ja, doch, das sieht sehr gut aus. Die Kleinen sind nicht so schlimm, wenn sie putt gehen. Weil die sind ja dann doch eher nur Kanonenfutter. Wichtig ist ja, dass meine 5-Sterne-Helden bringen, was sie bringen sollen. Und für den Moment kann ich mich da nicht beklagen. Sehr schön. Und damit ist die Arena frei geworden. So. Ach, ja, die Champion-Arena, genau. Die gibt es hier ja auch. Stimmt. So, haben wir jetzt eingetragen, müssen wir ja die Crystal Crown, nicht Champion. Ach, ja, die vermisst man dann doch so als späterer Spieler. So. Dann haben wir jetzt erst mal wieder ein Stück geschafft. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.